Du willst ganz viele kostenlose Videos zum Maschinenbau? Dann komm auf studyflex.de! Hallo! Bei heißem Wetter ist es immer gut, einen Kühlschrank mit kalten Getränken zu haben, oder? Woher die kühle Luft kommt, erklären wir dir in diesem Video. Zuerst einmal wollen wir dir die allgemeine Bauweise eines Kühlschranks erklären. Der Schrank und die Tür sind nach außen hin gut abgedichtet, damit über die Wände keine Kälte verloren geht oder Wärme eindringen kann. Auf der Rückseite sind jedoch noch mehr Bauteile vorhanden, nämlich ein Kompressor, eine Drossel und Rohre, die schlangenförmig angeordnet sind. Die Kühlung funktioniert nun folgendermaßen. In den Rohren befindet sich ein gasförmiges Kältemittel. Dieses wird durch den Kompressor verdichtet, wodurch sich das Medium erwärmt. Diese Wärme wird an die Umgebung abgegeben, weshalb das Mittel kondensiert. Das Kühlmittel strömt nun durch die Drossel ins Innere des Schrankes. Das Medium verdampft dort. Dazu braucht es aber noch Energie. Die Energie ist in Form von Wärme vorhanden und wird den Kühlfächern entzogen. Als Gas strömt es dann wieder zurück zum Kompressor und der Kreislauf beginnt von vorne. Das Prinzip, das hier dahinter steckt, ist das des Wärmeübertragers. Seine Aufgabe ist es, die Wärme vom einen auf den anderen Stoff zu übertragen. Und genau das passiert bei einem Kühlschrank. Die Wärme der Lebensmittel wird an das Kühlmittel übertragen und nach außen abgeführt. Wenn du wissen willst, wie gut dein Kühlschrank funktioniert, kannst du das über die übertragene Wärmeleistung ganz einfach berechnen. Um auf den allgemeinen Ansatz für die Wärmeleistung zu kommen, brauchen wir eine Energiebilanz der Wärmeübertrager. Dazu haben wir eine Skizze für dich vorbereitet. Hier siehst du ein Quadrat, das unseren Kühlschrank darstellen soll. In den Kühlschrank kommt nun Wärme durch die Lebensmittel, die eine bestimmte Temperatur TH' haben, hinein. Diese werden dann auf eine gewisse Temperatur TH' abgekühlt. Das Kühlmittel wiederum bringt die Kälte in den Schrank. Das Medium hat bei Eintritt die Temperatur TK' und erwärmt sich auf die Temperatur TK''. Im Großen und Ganzen heißt das, dass das heiße Medium Wärme abgibt und das kalte Wärme aufnimmt. Der Wärmestrom gibt an, wie viel Wärme übertragen werden kann und wird mit der Formel Q Punkt ist gleich M Punkt H mal CpH für das heiße Medium und mit Q Punkt ist gleich M Punkt K mal CpK für das kalte Medium berechnet. Der Massenstrom M Punkt gibt an, welche Menge in einer bestimmten Zeit hinein- bzw. hinausströmt. Cp ist die spezifische Wärmekapazität, die man als Stoffgröße je nach Medium aus einer Tabelle entnehmen kann. Falls du aber nicht wissen solltest, wie groß dein Massenstrom ist, kannst du deine Wärmeleistung auch noch auf einem anderen Weg ausrechnen. Dazu greifen wir noch einmal das Thema aus unserem ersten Video auf, nämlich die stationäre Wärmeleitung. Wie du sicherlich noch weißt, konntest du hier deinen Wärmestrom so berechnen. Mit der sogenannten K-Zahl, die die Summe der einzelnen thermischen Widerstände beschreibt, kannst du die Formel vereinfachen, denn K ist gleich 1 durch Alpha 1 plus Summe über I gleich 1 bis N von Delta I durch Lambda I plus 1 durch Alpha 2 hoch minus 1. Die vereinfachte Variante sieht dann so aus. A ist die Fläche, die die Wärme überträgt. Beim Rohr ist das zum Beispiel die innere Mantelfläche, also A gleich Pi mal D innen mal L. Die Temperaturen ändern sich jedoch bei den Wärmeübertragern. Allgemein können wir erst einmal den Temperaturunterschied als Delta T-Log ausdrücken. Somit lautet die Formel letztendlich Q gleich K mal A mal Delta T-Log. Das Log zeigt, dass die Temperaturänderung bei Wärmeübertragung nicht linear, sondern logarithmisch verläuft. Welche Temperaturen du hier genau betrachten musst, hängt zum einen vom Temperaturverlauf und zum anderen von der Stromführung des Wärmeübertragers ab. Dazu haben wir wieder eine Skizze. Hier siehst du einen Gleichstrom-Wärmeübertrager. Das heißt, dass das heiße und das kalte Medium in eine Richtung fließen. Ein Gegenstrom-Wärmeübertrager sieht dagegen so aus. Bei diesem fließt das kalte Medium in eine andere Richtung als das warme. Durch mathematische Überlegungen lässt sich die logarithmische Temperaturdifferenz allgemein mit Delta T-Log ist gleich Delta T1 minus Delta T2 geteilt durch ln von Delta T1 durch Delta T2 berechnen. Deine Temperaturunterschiede am Eingang Delta T1 und am Ausgang Delta T2 hängen, wie schon erwähnt, mit den Temperaturverläufen zusammen. Dort gibt es wieder zwei Vorfälle zu unterscheiden. Der erste Fall tritt ein, wenn sich nur eine Temperatur verändert und die andere konstant bleibt. Die konstant bleibende Temperatur ist dabei die Wand- oder Umgebungstemperatur. Beim zweiten Fall sind sowohl die Temperatur des heißen Mediums wie auch die des kalten Mediums veränderlich. Betrachten wir zuerst den Fall mit einer konstant bleibenden Temperatur. Kühlt nur das warme Medium ab und das kalte nimmt die Umgebungstemperatur an, dann haben wir einen Abkühlvorgang. Dabei wird Delta T1 mit Delta T1 gleich T1 minus T unendlich und Delta T2 mit Delta T2 gleich T2 minus T unendlich ausgedrückt. Somit wird die Formel für die logarithmische Temperatur zu... Bei einem Aufwärmvorgang bleibt die Temperatur des heißen Mediums konstant und das kalte erwärmt sich. Mit Delta T1 gleich T unendlich minus T1 und Delta T2 gleich T unendlich minus T2 ergibt sich für die logarithmische Temperatur... Fehlt uns nur noch der Fall, dass sich beide Temperaturdifferenzen verändern. Hierbei kommt es jetzt auf die Stromführung an. Wenn wir einen Gleichstromwärmeübertrager haben, dann wird mit Delta T1 gleich TH' minus TK' und Delta T2 gleich TH2' minus TK' die logarithmische Temperatur zu... Bei einem Gegenstromwärmeübertrager hingegen wird die Formel zu... Da Delta T1 gleich TH' minus TK'2' und Delta T2 gleich TH' minus TK' ist. Und schon sind wir am Ende. Da du nun die Temperaturdifferenzen berechnen kannst, musst du diese nur noch in die Formel Q gleich K mal A mal Delta T log einsetzen. Und schon kannst du die übertragene Wärmeleistung bestimmen. Jetzt weißt du also nicht nur, wie dein Kühlschrank funktioniert, sondern kannst auch dessen Wärmeleistung auf verschiedene Arten bestimmen. Mach's gut und bis bald! Dir hat das Video gefallen? Noch mehr kostenlose Videos gibt's auf studyflex.de